Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft. Ja, wir waren vor ein paar Tagen stehen geblieben, die letzten Quests zu erledigen. Und dazu müssen wir mal wieder sehr, sehr weit laufen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach unten zu Django Fleckfell. Ja, wir sind ja lange nicht mehr gelaufen, von daher würde uns das ja nichts aufmachen. Sonst hat sich eigentlich nicht viel getan. Steht vielleicht noch irgendwas Neues an? Ne. Zur Zeit ist halt der Dunkelmond-Jahrmarkt und die Kinderwoche. Die enden nächste Woche Samstag. Ja, vielleicht kann man was beim Dunkelmond-Jahrmarkt schon machen. Aber Level 15 erreichen hat erstmal Priorität. Denn das ist ja auch bald. Ach ne kleine Fehlermeldung. Fehlermeldung einfach ignorieren. So. Die müssen wir nicht besiegen. Machen wir aber mal schnell. Denn wir sind stark. Warum kommt denn da andauernde Fehlermeldung in Quest Hellboy? Ich weiß nicht, wieso da die Fehlermeldung an da und kommt. Ich mach mal einen kleinen Cut. So. Ich weiß auch nicht woran das lag. Ich habe jetzt einfach mal die älteren Addons ausgeschaltet. Und jetzt scheint es zu gehen. Ach, da sind ja ein paar Quest-Mobs. Das wäre klar. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Aaaa... Dütütütütütü... So fertig. Oh ja, wir sind wieder sehr stark heute. Kann ich noch nicht schritten. Das lädt immer noch auf. Und so, es wirkt alles sehr easy. Nehmen wir uns den da hinten auch noch. Klasse, wenn man nur einen trifft. Wenn man zwei treffen möchte. Hallen wir uns mal. Alles ziemlich einfach. Die müssen wir auch noch töten. Ja, warum nicht noch mehr? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Lassen wir mal noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Heimen wir uns mal schnell. Ach, wie wir vier auf einmal fertig waren. Herrlich. Und heimen wir uns noch. Und der fünfte. Jaja, dieser Zauber. Oh, es wird noch nicht wirken. Dumm... Dumm... So, hier müssen wir noch einen töten und den Jango Fleck fällen. Unser Linkfestau erledigt. Und auch bald unser Level-Up. Das ist zu weit entfernt. Och, der rennt ja weg. Äh, bleib hier, bleib hier. Naja. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. So, und dann würde ich mal sagen, packen wir uns jetzt mal Jango. Scheint es ebenfalls sehr einfach zu sein. Gut, besser. So, dann haben wir die Quest fertig. Dann gehen wir mal nach der hinten. Denn wir müssen hier Agentin Kirnen finden. Ja, laufen wir erstmal gegen einen Baum. Ich habe es einfach versuchen zu integrieren. Aber leider geht es nicht. So, warum es tut. Haben auch schon wieder 13 Leitstoffe. Sehr schön. Ach, der hat alles für ihn. Ja. Dieser Zauber ist in die Welt. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist in die Welt. Das lädt immer noch auf. Ich muss näher ran. So. Noch ein Leitstoff. Würde ich sagen. Gehen wir einfach mal hier außen rum. Den müssen wir wahrscheinlich töten. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. So. Weiter gehts. 834 Rüstung. Ja, das hört sich gut an. Hi. So. Jetzt müssen wir hier Helix Geheimnis lüften. Würde ich sagen. Machen wir gleich mal. Ein fesselter Zyklon. Sieht ja irgendwie ganz cool aus. Ah, die gibt uns hier anscheinend Rückendeckung. Das ist doch... Das ist doch sehr nice. Spart uns einiges. Können wir mal hier rein. Und gucken, was hier so ist. Und laufen mal die Treppe hoch. Beziehungsweise den Turm laufen wir hoch. Denn eine wirkliche Treppe ist das ja nichts wirklich. Und hier oben ist leider Gottes nichts. Oder? Naja. Okay. Ich glaube, hier muss ich auch gar nicht hin. Äh. Das müssen wir hier gucken. Ja. Wir sind doch hier in den Turm hoch. Jetzt müssen wir gucken, was er versteckt hat. Ja. Wir sind doch hier in den Turm hoch. Ah. Genau so läuft das Ganze. Die Knolle haben versagt, Herren. Sie sorgten für die nötige Ablenkung. Wir machen weiter wie geplant. Aber Herren. Der Admiral ist immer noch. Wir werden den Admiral im Morgengrauen befreien. Ja, Herren. Der Tag des jüngsten Gerichts steht kurz bevor Helix. Ruf die Leute zusammen. Ich möchte ein allerletztes Mal mit ihnen sprechen, bevor der Morgen dämmert. Mondbruch, Herrin? Ja. Heute Nacht. Ach, das ist ja ganz spannend. So. Würde ich sagen, nehmen wir mal eine kleine Abkürzung und fallen hier runter. Und nach der Quest müssten wir endlich unser Level 5 erreicht haben. Gut, um 2 Uhr 3 eine Instanz zu finden, kann man probieren. Aber ich würde sagen, wir geben noch die letzten Quests ab, bevor wir zu den Instanzen gehen. Geht wohl. So, dann müssen wir nämlich auch noch... Aber wir haben auch einen neuen Erfolg, einen Talentpunkt und der Dungeon Browser ist verfügbar. Den Talentpunkt packen wir einfach mal. Wort der Herrlichkeit. Denn dann habe ich 30%ige Chance, keine heilige Kraft zu benutzen. Oh Gott. Wo lang? Ich habe keinen Bock auf Kampf. Keine Lust auf einen Kampf. Wo ist mein Seelenstein gebunden? Höhle des Löwens. Höhle des Löwens. Was? Das ist dann irgendwo da oben. Ne, das ist... Nein. Kann ich auch laufen. Also ob ich jetzt von da oben nach da laufe oder andersrum, das ist sehr egal. Und deswegen würde ich sagen, laufen wir einfach in die Stadt. Wo ist denn die Speergruppe? Ach, die ist ja auch hier. Okay. Okay. Danach müssten wir eigentlich noch hier irgendwo Quests machen. Dämmerwald. Hm. Na ja. Gehen wir erstmal die Quests ab. Hm. Hm. Und wir nehmen uns die Kettenstiefel. Und hier nehmen wir uns die Kettenhose. Oh ja. Es gibt sogar Ausdauer. Genau das was wir als Tank brauchen. Ziehe den Ehrenfreund. So. Rüsten wir das aus. Rüsten wir das aus. Entzaubern die zwei Gegenstände. Können nebenbei noch Leinstoffballen schneidern. Und dann gucken wir uns mal an. Ach ne. Das geht ja gar nicht. Okay. Gut. Dann werde ich das Offscreen halt machen. Äh. Wir müssen auf nach Mondbruch. Ja. Gut. Ich würde sagen, ich werde hier den Part beenden. Und werde versuchen eine Instanz zu kriegen. Ja. Machen wir es mal so. Okay. Gut. Dann bis zum nächsten Part. Tschüss.